Hallo zusammen, dann starten wir doch direkt in einer neuen Folge mit der ZIF-Konkurrenz. Jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir immer noch ziemlich in der Anfangsphase. Wir haben nicht genügend Einfluss, damit wir in der zweiten Stadt kommen. Schaffen, Gründe, wie wir es auch über Nennerworte im Spiel. Wir haben eine neue Einheit, zwar die Schwerräuter. Bereiter. Mal schauen, was wir hier voll schaffen. Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, was wie gesagt neu ist für mich. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie ich den Fortschritt nahe glaube. Aber dann starten wir die neue Wunde. Und schauen mal, was er vorliegt. Er ist schon prächtig am Sammeln. Er ist schon prächtig am Heiler. Er ist schon prächtig da. Der Wittausgründe, da sind ja noch eine Aussprache. Oder Wittausbrotten, ja das haben wir. Der Wittausgründer, der hexifizierte WG richtig kann. Der Bau und der Porn speichert ihn ja nur 14 Wundetl. Vor之前 2, muss ich nicht nehmt. es ist ein ja Jap ja ja Das war jetzt der Armut, ja? Wann geht das nicht ganz hin. Die Knie wird nicht mehr. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn man da umbezieht. Dann wäre man da oben. Das ist schwer. Hm? Ha! Verriegel! Ah, jetzt habe ich mich verschmolzen! Und das ist ja auch ziemlich schnell. Ich schicke die jetzt einen anderen. es gibt zu Okay! Ah! Jetzt haben wir gerade unser Wulff. Wir sind auf der Beziehung sein. Sabe, wir kriegen die Literatur. Die letzte Froschig. Jetzt haben wir alles verteidigt. Hört man eigentlich. Ich dachte, wir sind nicht gut. Die Brossenfarbe hat die Läden geschlechter vom Kupfer. 41 Kunde. Brrrr. Die Schrift wäre gut für das Kunde eingekommen. Das wäre nicht heute. Ah, schwer. Er hat auch 74 Kunde laufen. Unglaublich. Das ist die Wirtschaft. Das ist die Wirtschaft. Ich denke, wir müssen die Böse weiterentwickeln. Aber wenn die Klinanten wird. Und da. Das ist die Klinik, die ich sonst nicht verletzen muss. Position selber, da sind wir schon wieder in der Stadt. Ich bin hier nicht dran. Ich bin hier nicht dran. Ich bin hier nicht dran. Gehe? Wow, das ist gut. Linde? Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich . Grüß Gott, die Nubien. Es gibt jetzt ein gutes Glück. Ein Nachwuchs, der vielleicht mehr interessiert in commerce als in conflict. Huh? Help me make this world a better place for all our peoples. I'm going to put this in the top. I'm going to put this in the top. Dann Okay. Aber da müsst ihr die irgendwo helfen, wahrscheinlich. Und wenn ihr die eigentlich wegdreht, dann geht es bei dir. Okay. So, ich kann nicht mehr bleiben. Und dann noch mal kurz, oder? Das ist hier. Ist hier da ein Trick? Wir werden hier warten. Was ist das? Was ist das? Ich kann mich da auch noch mal sagen, wenn ich die Seite habe, dass es zielten weg ist. Es ist auch, dass... Was? Warum nennen? Spektakular! Truly spektakular! Und warum ist das? Das ist richtig, ich weiß nicht. Wo auch das versteckt. Und jetzt habe ich das versteckt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. throw the book at them we'll stay here we'll do a good step this would be interesting to highlight let's see come over here over this way now, now off we go all together much better 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 I like it a little bit a new independent people and who are they time will tell if they are helpful hopeless or history let's see let's see much better much better much better much better here let's see let's see do we do we do we off we go now if we provociate now if we provociate what do we do we do we do we do we we do 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 Wärme das Problem, das geht es nicht. Nein, nicht so. Das ist ein mühsames Ding. Also unbedingt wird da im Einzugsbereich von Durchfassungen und Gurken. Durchfassungen und Gurken, aber ist gut. Ich bin mir nicht so wirklich bewusst. Das machen wir mit dir. Das ist ja eigentlich die erste richtige Verteidigungs-Einheit. Wenn ihr wisst, dass sie hier oben Gegner sind, die noch die Post gegründet haben, bin ich überredet, also nicht. Jetzt sehen wir die, die wir hier mit zu haben. Nur die Verteidigungs-Einheit. Und die Verteidigungs-Einheit. Beenden wir das ganze auch. Ich würde sagen, es hat mir gefreut, dass ihr zurückgebracht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Tschüss zusammen. Dank für's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.